Viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe sind hitzeempfindlich und deswegen ist es in jedem Fall sinnvoll, einen Teil der täglichen Gemüseportion als unerhitzte Frischkost zu verzehren. Andererseits werden bestimmte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das Antioxidant Lycopin in der Tomate, erst beim Erhitzen freigesetzt und dadurch besser bioverfügbar. Mineralstoffe werden übrigens durch Hitze nicht beeinträchtigt.